Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Herzlich willkommen zum Einführungsvideo zum Thema Periodensystem der Elemente. Wir wollen in diesem Video mal die Frage beantworten, wie das Periodensystem überhaupt aufgebaut ist. Also, welches Prinzip steckt eigentlich hier hinter der Ordnung der Elemente im Periodensystem? Anders ausgedrückt, warum steht zum Beispiel Natrium ganz genau an dieser Stelle im Periodensystem und warum steht als weiteres Beispiel Jod eben ganz genau an dieser Stelle in der siebten Hauptgruppe im Periodensystem? Also, was steckt nun eigentlich dahinter? In weiteren Folgevideos wollen wir uns dann mal damit beschäftigen, wie man anhand der Stellung eines Elementes im Periodensystem Aussagen über bestimmte Eigenschaften treffen kann. Gut, dazu aber später. Hier geht es einfach erst mal um das Prinzip der Ordnung der Elemente im Periodensystem. Gut, wir schauen uns dazu noch mal ganz kurz das Borsche Atommodell an. Das Borsche Atommodell wurde ja auch schon in einem Video erklärt. Und im Schnelldurchlauf, es besteht aus einem Kern. Der Kern wiederum besteht aus Protonen, die sind elektrisch positiv geladen, und Neutronen, die sind elektrisch neutral. Und weiterhin um diesen Kern gibt es Schalen bzw. Kreisbahnen, auf denen sich Elektronen bewegen. Diese Elektronen, die sind elektrisch negativ geladen. Gut, für ein bestimmtes Element... Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.